Wir haben hier große Projekte laufen. Kindergarten ist ein großes Thema. Viele müssen einfach früher beginnen zu arbeiten und darauf reagieren wir natürlich, weil wir eine Warteliste haben und bauen nächstes Jahr einen großen Kindergarten, erweitern das, der was dann eben im September fertig wird. Ein Sportzentrum ist ein Thema. Wir freuen uns, wenn die Kinder, die Jugend gut untergebracht ist und die ist außer der Schule natürlich in Sport und Musik gut positioniert, dass sie gut aufgehalten ist, dass nicht viel passieren kann und da wollen wir natürlich das Sportzentrum errichten, wo wir dann auf Schiene sind mit den Finanzen, wie auch in der Musik. Bei uns ist ja die Stadtkapelle ja sowieso sehr gut engagiert mit ganz jungen Mitgliedern von, habe ich letztens gehört, von elf Jahren bis Leute, die schon 50 Jahre dabei sind. Finde ich total toll. Toll finden ja die Vereine. Bei uns das Vereinsleben kann man nur wertschätzen, die tolle Arbeit, was die alle machen, weil so ist es ja nicht mehr. Man muss eh schauen, dass man rund um und umkommt und die legen sich ins Zeug rein und schauen, dass das funktioniert. Ja, es sind noch viele andere Projekte in den nächsten Jahren, egal ob Bahnhof, Postgebäude und so weiter und da freue ich mich, wenn ich da in den nächsten Jahren viel verwirklichen darf, mit die Bürger und um die Bürger vor Radstadt.